Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft Bedwars. Ihr habt schon gesehen, ich hatte schon etwas in der Hand, da ging schon wieder etwas schief meine Aufnahme. Aber das waren ja nur so 5 Sekunden, also bitte nicht erschrecken. Äh, hier hinten müsste jetzt auch schon wieder ein bisschen Eisen sein, sehr schön. Dann holen wir uns direkt nochmal eine schöne Waffe. Und dann natürlich auch noch direkt eine Rüstung. Und, weil ich's kann, direkt noch eine Kitz da. Ja, dann soll ich nebenbei mal vielleicht den Upload abbrechen, damit ich hier auch spielen kann, dass es nicht laggt. Zack. Bisschen essen. Geil, dann sollten wir uns auch mal irgendwo hinbauen. Hä, will er zu mir? Nee. Wie nah ist das denn alles? Ja, das kann work. Das kann work. Der will nirgendwo hin, das find ich gut. Ich könnte mich eigentlich hier anschließen. Ich komm mal rüber, ne? Ach, ist das nicht die Map, die laggt? Das könnte... Nee, 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 nee. Oder? Doch, könnte wohl sein. Ach, nee. Oh, lol. Was geht denn da ab? Soll ich da mal rüber gehen? Ist das schon... Ist das Türkis? Das ist Türkis. Okay. Loil, was werden denn hier die Betten abgebaut? Nein, das ist das Ganze. Hä, oder auch nicht? Ich hab genug Geld. Ich kann mir alles leisten. Da, guck mal her. Nee, ich sollte eigentlich wieder zurückgehen. Warum hol ich mir auch nie... ...irgendwelche Port-Items? Ach, ich lerne einfach nicht dazu. Ich glaube, ich gehe einfach zu Türkis. Ja. Das wäre... ...wahrscheinlich das Beste. Ist aber cool. Die haben sich hier schön rüber gebaut. Ich hab keinen Stress. Kriegst sogar noch hier richtig schön viele Items. Geil. Mh... Machen wir uns den Bogen. So. Da haben wir ihn auch schon. Dann vielleicht nochmal eine Spitzhacke. Mein Bett ist immer noch nicht dran. Aber jetzt gleich kommt eh einer von hinten. LOL! Oh! Alter! Alter, hab ich mich erschrocken. Wie ich es sogar noch sage. Was ist das denn? Das Geile ist, besonders, wenn ich es sage, dann heißt es eigentlich, ich erwarte es gerade nicht unbedingt. Und wenn dann einer kommt, dann... Dann ist der Pulser auf 6.008 Millionen. Zig. Geil. Direkt noch mehr. Der hätte schön mein Bett abbauen können. Naja. Das war nicht so... Klug von ihm. Könnte ich mir jetzt natürlich auch noch eine bessere Waffe besorgen. Wäre auch gar nicht so doof. Ich glaube, ich gehe da rüber. Ich... Ich gehe jetzt einfach zu irgendwem. Und klatsch den weg. Pink, Orange, Grün. Wer ist der Pro? Ich habe ihn direkt getroffen. Wo ist denn das Bett? Ich glaube, das war da oben. Ich erinnere mich. Der hat sich eingebaut. Sauber. Ah, shit. Geil. Trotzdem, ich kann einkaufen gehen. Besorgen wir nochmal eben... Ein paar Tole-Plattformen. Hier. Da kam der einfach von hinten. Ich komme da immer noch nicht drauf. Klar. Scheiße. Sieben brauche ich. Ja, komm. Da tohen wir eben noch. Und dann gehe ich hier weg. Habe ich gar nicht nötig, hier rumzugammeln. So. Da schlucken wir erstmal runter. Und dann komme ich wieder. Rot. Rot ist tot. Mein Bett müsste jetzt aber auch jede Sekunde weg sein. Der rennt doch eh zu mir. Kennen solche Leute doch. Die sind jetzt total... ...hasserfüllt. Und wollen mich einfach tot sehen. Schön. Okay. Weggebaut. Ah, schade. Hätte durchaus Style gehabt. Blau. Ah, warte mal. Was bin ich denn? Ach, ich bin pink. Ah, okay. Dann gehe ich einfach mal... ...darüber in die Mitte. Und hoffe... Der war noch nie in der Mitte. Okay. Scheinbar. Na gut. Sehr gut. Das war dann auch gar nicht einfach. Ah, doch, der war schon. Ah, okay. Das sehe ich jetzt erst. Wird einen ziemlich coolen Weg gebaut. Ich könnte mir natürlich jetzt auch eine... Ja. Ich besorge mir eine... ...eine Enderperle. Selbst wenn er mich runterkickt. Oh, er hat... Er hat echt einen Bogen. Er hat einen Bogen. Ey. Da lebt er... Hä? Oh. Ach, stimmt. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob der Typ noch lebt. Shit. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Hä? Was hat der denn von mir? Dann hatte der Typ gar keinen Bogen. Shit. Fuck. Oh, fuck, Alter. Nee. Ich baue mich ein. Oh, Gott. Das war ultra dumm, aber wenn ich nichts riskiere, dann... ...wird das hier auch nichts. Denkt ihr, ich bin tot? Nee, denkt er nicht. Mit Sicherheit nicht. Muss einfach nur warten. Oder mich rüberporten. Ich glaube, letzteres wäre sogar... ...klüger. ...lol. Nice. Wie geil war der denn? Und? Hä? Ah, er ist tot. Oh. Alter Falter. Okay, okay. Er hat sein Bett noch. Noch ist nichts... ...nix gewonnen. Äh. Ich glaube, ich kaufe mir ein Loch. ...weilen. Na, hält nicht mehr lang. Schlucke ich gleich. Dann besorge ich mir... ...nen Stärketrank. So, und das sollte jetzt echt... ...relativ leicht gehen. Aber nur relativ, denn es wird da rüberkommen. Sollte ich. Können. Tun. Okay. Baue ich mich hoch. Oder laufe hier hoch. Ah. Ah, cool. Auch eine Idee. Du bist jetzt gleich tot. Vor allem, ich bin einfach direkt bei deinem Bett. Nice. Ja. Hi. Na, wie geht's dir? Oh. Das war... ...spannend. Bisschen komisch, aber doch spannend. Gut. Dann sehen wir uns gleich hier in der zweiten Runde. Ihr konntest schon mal bewerten. Ja, klar. Ja. Und dann bin ich wieder. Und hab Spaß. Ach, die Map. Cool. Die ist toll. Die ist richtig... ...richtig toll ist die. Dann bauen wir das hier direkt mal zu, damit auch keiner reinrennt. Und mich direkt fickt. Denn das mag ich nicht. Wie ist denn der Typ jetzt gerade schon gestorben? Hä? Wie hast du das denn hingekriegt? Holy moly. Wollte ich schon sagen. Das war sehr beeindruckend von dir. Direkt rüber gehen? Ja. Ja, ja. Der baut sich zur Mitte. Ich baue mich zu ihm. Das ist ein fairer Tausch. Hä? Der Zaun hat sich gerade woanders dran gebaut, oder? Können wir das da holen? Ist es wirklich? Ah, Mist. Kann man natürlich jetzt nicht so unauffällig machen, wie ich es gerne hätte. Eine Spitzsacke hätte ich auch mitnehmen sollen. Aber das merkt man dann immer, wenn es schon zu spät ist. Ja, der einfach steht. Ja, kauft wahrscheinlich gerade einen. Hi. Na? Oh, Fail. Ah, Shit. Das war aber auch dumm von mir. Er fällt jetzt erstmal. Hi, na? Wie geht's dir? Alles okay? Tschüss. Und trotzdem habe ich es in die Mitte geschafft. Jedenfalls. Stückchenweise. Was weiß ich. Ich gehe direkt zu dem anderen Nachbarn. Dann holt ihr euch ruhig mal das Gold. Und ich hole mir eure Betten. Ist mir alles scheißegal. Ich habe es einfach nicht benötigt, heutzutage. Mir hier die Scheiße voll hin anzugucken. Ich glaube, ich baue mich einfach direkt rüber. Zu dem Steg, den er da gebaut hat. Das wäre, glaube ich, ziemlich affe Sommer. So. Dann nochmal eine. Ein paar Kisten. Dann hier eine hin für mich. Wenn ich frei war, die will. Blau wurde vernichtet. Was? Wieso sind die tot? Habe ich völlig blau und schlau gelöst? Ne, Moment. Wenn überhaupt. Hat da gerade jemand blau und schlau gelöst? Ich meine, das macht den Witz nicht besser. Aber Sinn sollte es trotzdem machen. Ach, guck mal. Der ist wohl gerade verreckt. Das Opfer. Sieht der mich? Hat der mich gesehen? Vielleicht hat er einen Bogen und killt mich jetzt. Das wäre toll. Also jetzt hier nicht töfte. Ah ja, der sieht mich. Ich kann eigentlich von oben kommen. Ich mache einfach Luftangriff und schlub sie runter. Na, kommt noch her. Oh. Oh, Alter. Mein Gott, bin ich schreckhaft. Tschüss. Ah. Oh, nice. Netter Versuch. Er könnte mich nur runterkicken. Okay, tschüss. Nö. Nein. Der hat mich mit dem Bogen getroffen. Der andere. Aber egal. Team Rot ist tot. Und er hat das Spiel einfach verlassen. Oh, Mann. Ich glaube, so oft bin ich echt schon lange nicht mehr gestorben. Hi, na? Ja, scheiße, ne? Er hat sich gerettet. Ist mir egal. Ist wichtiger, ihn erst mal tot zu kriegen. Tschüss. Ich komme mit. Ne. Der hätte sich hochgebaut. Hätte mich dann eventuell mit dem starken Schwert gekillt. Das wäre nicht klug gewesen. Das wäre nicht klug gewesen. Da schalte ich lieber auf die Items und habe dafür mein Bett noch. So. Okay, ich renne jetzt einfach da hin. Aber wahrscheinlich komme ich da nicht mehr zurück. Das wäre auch doof. Sekunde. So. Und da portet sich jemand. Geil. Das heißt, irgendwer ist wahrscheinlich vor der Mitte weg. Ah, er ist gestorben. Geil. Er wird sterben. Sein Bett wird jetzt gleich bestimmt auch abgebaut. Hoffe ich zumindest. So. Einmal in die Mitte. Einmal ein bisschen Gold. Dann habe ich wenigstens eine Chance gegen Leute mit Gold. Gold. Okay. Okay, wer jetzt auch kommen mag. Ist mir alles scheißegal. Und da kommt auch schon einer. Nice. Ach Mann. Ich habe ja auch keine ruhige Minute in dem Modus. Geil. Ach, Gold. Was macht der denn da? Kommen tut aber keiner. Noch eine. Eine Schare bitte. Da kommt einer. Da kommt einer. Na? Habe ich dich verschreckt? Komm schon. Oh, ich dachte es wäre da, wenn ich das mache. Er ist einfach weggerannt. Er ist einfach komplett weggerannt. Lol. Jetzt komm noch. Komm noch, Gold. Okay. Okay, ich bin raus. Ich bin weg hier. So, bitte einfach nur nicht runterkicken. Okay. Ich habe vier Gold. Ich habe zwölf Gold. Aber ich bitte einmal nicht sterben. Okay? Ja. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Ich kann mir ein Schwert kaufen. Einen. Ah, okay. Schwachen Bogen kaufen. Und sogar noch gratis dazu eine Rettungsplattform. Cool. Ähm, dann natürlich mal eventuell eine Brust, die mich auch wehren kann, wenn mich einer angreift. Und selbstverständlich auch noch einmal einen Trank und einmal einen anderen Trank. Geil. Geil. Ich komme. Bis gleich. Bin jetzt gleich schon da. Ob die auf mich warten? Ich glaube schon. Ja. Ja. Hä? Keiner von denen hat das Gold mitgenommen. Ja, cool. Okay. Danke. Warum habe ich das getan? Ich kann da nicht widerstehen. Das war eigentlich richtig dumm. Denn ich habe den anderen damit gerettet. Oh Gott. Warum laufe ich denn da links? Oh. Ach so. Nee. Ich habe sogar komplett sein Leben vernichtet. Kann man auch mal machen, ne? Gut. Gut, 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 gut. Wer lebt denn noch? Schwarz bin... Nee. Ich bin gelb. Dann lebt nur noch Schwarz. Ach so. Ja. Oh Mann. Nee. Warte mal. Sekunde. Mir fehlt nur noch ein bisschen Gold. Ganz... Ganz kleines bisschen. Ja. Und der hat mit Sicherheit kein Gold mehr. Okay. Nice. Nice. Ich gehe da mal shoppen. Ich komme jetzt gleich. Okay. Okay. Ähm. Erstmal eine Ennerperle. Genau. Und dann dazu noch eine Spitzhacke. Hi. Na, wie geht's dir? Alles okay bei dir? Ich denke schon, ne? Aha. Ob ich getroffen habe. Ja. Scheinbar. Geil. Geil. Ist doch gut, dass du dein Bett so doof aufgebaut hast. Äh, eingebaut hast. Es springt runter. Lächerlich. Na, egal. Gut. Ich würde sagen, bewertet den Part. Oder sind wir uns bei dir? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.